Hier siehst du den Bruch 2 Drittel. So, was stellen wir denn damit jetzt an? Ich würde dich bitten, überleg doch mal, ob dir andere Brüche einfallen, die gleichwertig zu 2 Drittel sind. Das heißt, die Brüche sehen zwar anders aus, stellen aber im Endeffekt genau die gleiche Zahl dar. Überleg mal, ob dir da irgendwelche einfallen. Okay, lass es uns vielleicht einfach mal gemeinsam machen. Also, ich male mir erstmal jetzt ein Rechteck auf, mit dem ich diesen Bruch 2 Drittel darstelle. Also, ich male jetzt hier ein Rechteck, das wird sozusagen mein Ganzes. Und das teile ich dann in drei gleich große Teile auf. Da ist das Rechteck und drei gleich große Teile. Ich mache das jetzt natürlich nur nach dem Auge. Also, wir glauben jetzt einfach mal, dass ich die gleich groß zeichne. Ja, guck mal, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Okay, und von diesen drei Teilen male ich jetzt zwei aus. Also, ich male den hier aus. Ausgemalt. Und ich male das zweite auch noch aus. Zack. Und jetzt nutze ich die Magie des Computers und kopiere mir einfach hier diesen Bruch. Oder die Darstellung des Bruchs besser gesagt. Und zwar, ich zeige dir zwei Möglichkeiten, die mir einfallen würden, um einen gleichwertigen Bruch herzustellen. Also, brauche ich den auch zweimal hier. So. Eine Sache, die ich jetzt machen könnte, wäre die folgende. Ich kann ja einfach bei dem zweiten Rechteck hier das Ganze nochmal horizontal in Hälftenteilen. Dadurch wird aus jedem Drittel hier jeweils zwei Teile. Also, wenn ich jetzt hier den so aufteile, dann habe ich jetzt ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teile. Sechs gleich große Teile. Und davon sind, ich habe die Farbe, davon sind offensichtlich eins, zwei, drei, vier ausgemalt. Vier. Aber wie du gesehen hast, ich habe ja an dem Rechteck und an dem, wie viel ausgemalt ist, nichts geändert. Ich habe das Ganze ja nur nochmal zusätzlich geteilt sozusagen, aufgeteilt in mehr Teile. Das heißt, das hier muss immer noch genauso viel sein, wie vorher. Das heißt, vier Sechstel muss immer noch genauso viel sein, wie zwei Drittel. Und genau das Gleiche könnte ich auch nochmal machen, wenn ich hier zum Beispiel das Rechteck in nochmal drei gleich große Teile teile. Also, ich mache es mal nochmal horizontal wieder. Dann kann man es vielleicht besser sehen. Wenn hier die erste ist und hier wahrscheinlich so die zweite, dann haben wir jetzt neun gleich große Teile. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Weil ich habe ja jedes Teil, das ich vorher hatte, nochmal geteilt. Und von diesen, ups, sorry. Zip. Zurück. Und von diesen neun Teilen sind ja jetzt, wie viele ausgemalt? Ich zähle mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs sind ausgemalt. Und wieder das gleiche Argument. Ich habe ja an der ausgemalten Fläche hier nichts geändert. Das heißt, was hier dargestellt ist, muss immer noch genauso viel sein. Und ebenso auch für den Bruch, also für die Zahlendarstellung sozusagen. Demnach ist zwei Drittel genauso viel wie vier Sechstel. Und die beiden sind auch genauso viel wie sechs Neuntel. Ich zeige dir das Ganze auch nochmal auf einem Zahlenstrahl. Also. Mal gucken, ob ich hier einen schönen Zahlenstrahl hinkriege. Düt, 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 düt. Ja, den nehme ich doch so. Und zwei Drittel ist kleiner als 1. Also brauche ich nur den Bereich zwischen 0 und 1 anschauen. 0 und 1. Und jetzt teile ich den mal in Drittel auf, weil ich will ja gucken, wo zwei Drittel ist. Und wenn ich jetzt mal so schaue, würde ich sagen, vielleicht wäre ich hier ein Drittel. Und dann wäre ich hier zwei Drittel, würde ich sagen. Also hier ist ein Drittel. Und hier sind zwei Drittel. So, jetzt schaue ich mir nur noch die anderen beiden Brüche an, wo die liegen, verglichen mit zwei Dritteln. Also vier Sechste. Dazu muss ich den Bereich ja jetzt in sechs gleich große Teile teilen. Das heißt, ich teile jedes Drittel hier nochmal in der Hälfte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann gehe ich vier von den sechs teilen. Also eins, zwei, drei, vier. Und wie du siehst, ich lande wieder genau da, wo vorher auch zwei Drittel war. Demnach, also auch auf dem Zahlenstrahl siehst du jetzt, dass zwei Drittel genauso groß ist wie vier Sechstel. Okay, ich mache mal das Ganze nochmal weg, damit das noch ein bisschen übersichtlich bleibt. Das gleiche mache ich jetzt mal für sechs Neunte. Der Bruch ist ja auch noch da. Was ich jetzt mache, ist, ich teile einfach jedes Drittel hier nochmal in drei Teile auf. Also, ich gehe wahrscheinlich so hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und davon gehe ich sechs Teile oder sechs Strecken. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ich lande wieder da, wo zwei Drittel sind. Also scheint das, was ich hier oben hingeschrieben habe, durchaus richtig zu sein. Ich habe es dir einmal mit Bildern gezeigt und auch auf dem Zahlenstrahl, dass sechs Neunte genauso groß ist wie vier Sechstel. Und das ist auch wiederum genauso groß wie zwei Drittel. Und das ist auch wiederum genauso groß wie zwei Drittel.